Saks Polymers verwendet Purgex zur Reinigung der Produktionsanlagen. Ein neuartiges Zylinderreinigungsgranulat, das den Reinigungsvorgang 75% schneller macht. Die Einwirkdauer beträgt 5 Minuten, nicht 20. Purgex verspricht 100% verbesserte Reinigung, ermöglicht deutlich schnellere Rüstvorgänge und ist ganz einfach in der Handhabung. Purgex ist ideal zur Reinigung von Extrudern, Spritzgussmaschinen und es reinigt sogar Heißkanäle. Saks Polymers verwendet Purgex. Let's have success!